Ein Mann will die Katze seiner Frau heimlich loswerden und beschließt, sie auszusetzen. Er nimmt sie mit ins Auto, fährt 20 Häuser weit, setzt die Katze aus und fährt heim. 10 Minuten später ist die Katze auch wieder da. Na gut, denkt sich der Mann, war vielleicht ein wenig zu kurz die Strecke. Setzt sich wieder mit der Katze ins Auto, fährt 5 Kilometer weit und setzt sie aus. 20 Minuten später ist die Katze wieder zu Hause. Jetzt reicht's. Denkt sich der Mann, nimmt die Katze mit ins Auto und fährt 20 Kilometer, dann durch den Wald, über eine Brücke, rechts, links und setzt die Katze dann schließlich mitten im Wald auf eine Lichtung aus. Eine halbe Stunde später ruft der Mann zu Hause an. Ist die Katze da? Fragt er seine Frau. Ja, warum? Hoh sie mal ans Telefon, ich habe mich verfahren. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und bitte diesen YouTube-Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.